Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Weiter geht es. Endbar Soundcheck. Passt. Habe ich ja eigentlich irgendwas zum Bauen noch. Halt vor und entdeckt. Groß. EMP-Kanone. Bereit für Nahkampf? Ja. Sind im Zielanflug. Das ging ja schnell. Elf. Elite-Muttern. Äthera, Schwera, Schweber, Sektoport. Natürlich ein Sektoport. Hm. Es ging eigentlich ziemlich schnell, dass es aufgetaucht ist. Habe ich einen Soundcheck eigentlich gemacht? Muss ich mir nur nachgucken, ob es eins da gewesen ist. Wenn ja, dann kann ich das eine ja wieder rausschneiden. Alle haben das, was sie haben sollen. Gut, die Gegner haben keine Chance. Irgendwie hat sich das Feld jetzt umgekehrt. Ist ja wieder umgekehrt. Erst hatte ich kaum Chance. Jetzt haben die keine Chance. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Ja, Forschung kann sich lohnen. Halten Sie sich hoffentlich fern. Und Erfahrung. Und den einen muss ich noch weiter ein bisschen trainieren. In Sachen Zieh. Da ist ein Eingang. Ah, ich weiß, welches Raumschiff das ist. Welches Raumschiff? Klasse, meine ich. Rücker aus. Na. Na. Und jetzt ein bisschen Feldposten. Ach ja. Mal gucken, wo die sind. Da hat irgendwo jemand was aufgemacht. Ich mach mich los. Verstetige. Rücker aus. In Bewegung. So, alle platziert. Jetzt gehen alle auf Feldposten. Ich hab alles im Blick. Wo steckt ihr? Was dann? Ich hab alles im Blick. Wo steckt ihr? Ja, da hinten sind sie. Ich hab alles im Blick. Okay. Okay. Was ist denn der, war das hier? Bin unterwegs Lieber richtig lang vorne rangehen als an der Seite Sonst kann man ja auf beiden Seiten Gegner haben Mal gucken, ob eh ein Feind jetzt in Sicht kommt Begebe mich auf Position Okay, niemand zu sehen Wo sind die ganzen Gegner So, alle auf Webposten Wo könnten die sein? Position bestätigt Bestätige Bin dran Ich muss mir die elf Gegner richtig zusammen suchen Die hier drin sind Immer wachsam, Commander Immer wachsam, Commander Verstanden Ich habe alles im Blick Feld außen, verstanden Höchst Ich bin unterwegs. Ich bin dran. So, du gehst dahin. Das ist eben wie die Ruhe vor dem Sturm. Da hinten sind sie. Geh in Position. Auf dem Weg. Ich halte mich mal mit dem da bereit. Und mit dem da. Ich habe alles im Blick. Felsposten, verstanden. So. So, Präzisionsgewehr. Hi. Hi. Volltreffer. Und er trifft mal wieder. Ja. X-ray neutralisiert. Machen wir sie nieder. Haha, Volltreffer, wie ich sag. Bin unterwegs. Alle zurück erstmal. Ich will keine Überraschungen haben. Ich will keine Überraschungen haben. Na, wo willst du denn? Ja genau, mach mir nur... Ich will keine Überraschungen haben. Na, funktioniert's? Oh ja, es funktioniert. So. So. Position bestätigt. Ach, Ziel verfehlt. Ich mach mich los. Geh auf Weltposten. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich drum. Ist das ganz schön brenzlig? Oh ja, ich will ihn aber... Mit ihm töten. Denn der soll ja auch mal... Ja genau, ich wusste es doch. Du triffst nicht. Die Schaden. Ach, Ziel verfehlt. Mal gucken, was er jetzt tut. Der ist nämlich jetzt in Panik. Nichts. Also eine weitere Chance mit ihm. Für ihn, besser gesagt. Und es hat geholfen. So, und jetzt würde ich sagen... Ich mach jetzt hier einen Cut und... Bis zum nächsten Part. So. Gott.